Annabelle, wein nicht. Was ist passiert? Hier ist dein Schnuller. Wein nicht. Willst du vielleicht essen? Hier hast du das Fläschchen. Essen willst du auch nicht? Dann lass uns spielen. Schau, was für ein Spielzeug. Drück drauf. Tut dir das weh, Annabelle? Schauen wir mal. Leg dich hin. Hab keine Angst. Hier hast du das Thermometer. Hier bist du heiß. Tut es weh? Und hier auch? Du hast hohes Fieber. Annabelle tun die Ohren weh. Ja, wir müssen uns um sie kümmern. Erstmal trinken wir Sirup gegen das Fieber. Leg dich hin. Jetzt kriegst du extra Ohrentropfen. Erst ins rechte Ohr. Und jetzt ins linke. Ein Wattepad, damit die Tropfen nicht rausfließen. Schau, Annabelle, deine Kopfhörer. Wir ziehen sie an und dann tun die Ohren nicht mehr weh. Na, ist es bequem? Setz dich. Tut es nicht mehr weh? Annabelle weint nicht mehr. Lass uns mit dem Musikball spielen. Machen wir. Machen wir. Ich habe Annabelle auf diese Wiese hier gebracht. Schau, Annabelle, wer ist das? Hab keine Angst. Das ist eine Raupe. Die tut dir nichts. Raupen verwandeln sich in Schmetterlinge. Schau! Toll! Wo ist sie hin? Schau, Annabelle, so viele Schmetterlinge um uns herum. Wir haben ein Netz. Damit werden wir die Schmetterlinge fangen. Gefangen? Oh nein! Das ist eine Blume! Und das ist ein Schmetterling. Ich habe ein Glas, in das wir sie legen können. Fertig! Schau, noch einer! Gut gemacht! Komm, wir legen ihn in das Glas. Das ist ein Schmetterling. Unsere Schmetterlinge sind so bunt. Wir nehmen sie mit nach Hause. Schmetterlinge sind so bunt. Schmetterlinge sind so bunt. Schmetterlinge sind so bunt. Hintern Medic Meiine Annabelle ist aufgewacht. Es wird Zeit, die Windeln zu wechseln. Aber zuerst müssen wir was essen. Untertitelung des ZDF, die Windeln zu wechseln. Und jetzt können wir spazieren gehen. Das ist ein Planschbecken mit Wasser. Lass uns das Wasser mit den Füßen berühren. Schau mal, wie viele bunte Bälle! Kannst du den Ball treffen? Es hat geklappt! Lass uns weiterspielen! Gut gemacht! Wir gehen weiter! Setz dich! Gleich bauen wir ein Haus für dich! Das sind Wände! Und das ist das Dach! Komm rein! Schau, wie gemütlich es hier ist! Ich bringe deine Spielsachen! Ein Ball! Und ein Pferd! Und den Kinderwagen stelle ich neben dem Haus von Annabelle! Ich werde Annabelle baden! Warte, Annabelle! Ich helfe dir! Zuerst die Füße nass machen! Und jetzt die Hände! Jetzt schwimmen wir! Lass uns mit den Bällen spielen! Und jetzt trocknen wir uns! Setz dich! Lass uns spielen! Das ist ein Oktopus! Er hat acht Beine! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht! Er hat Formen! Dreieck, Stern, Kreis, Quadrat! Versuch sie dem Oktopus aufzusetzen! Gut gemacht! Komm, ich helfe dir! Meine Annabelle wird baden! In der neuen Badewanne mit einer Dusche! Das ist das neue Gummispielzeug! Komm her, Annabelle! Setz dich! Gefällt dir die Badewanne? Wir baden in blauen Bällen! Hier hast du die Ente! Hast du gespielt? Und jetzt waschen wir uns! Rosa Waschlappen! Und Bananenschaum! Wer hat sich im Waschlappen versteckt? Ein Nilpferd! Waschlappen! 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 Hat dir der Waschlappen gefallen? Waschlappen! Und jetzt trocknen wir uns ab! Anziehen! Anziehen! Willst du noch spielen? Komm, wir schalten die Dusche ein! Waschlappen! Die Ente geht baden! Und ihre Freunde! Einhorn, Fisch und Delfin! Schau, ein Waschlappen mit einer Giraffe Annabelle, wirst du mir helfen? Und jetzt abtrocknen. Annabelle hat die Badewanne sehr gefallen. Schau, schau, schau.